Ich habe immer noch kein Benchtable, ne? Das ist nervig. Ich will nicht mal meine ganzen Knoten, die ich habe, einsetzen. Ich bin nicht auch einfach wirklich nur blind und sehe keinen. Ja, natürlich, ich muss wieder den dunklen, düsteren. Ah, verstehe. Ich würde mich nicht wundern, was das für ein Geräusch war. Das ist gerade WhatsApp, Web, was in der Knoten ist. Gut, abt. Gleichzeitig gesehen. Oh, ein Benchtable. Yes! Endlich! So. Wir haben neun Punkte zur Verfügung. Das ist jetzt das Wig. Wir wollen aber... Ach ja, Wig ist der ganze Anzug. Ach so, ist bereits überbrückt. Ja, komm, eins wäre Luft. Stasis-Modul. Dauer. So, wir müssen da starten. Da gibt es einmal Dauer. Okay, Plasma-Cutter ist jetzt wichtig. Gut, ähm, wir haben noch zwei Stimmen zur Verfügung. Dum-Dum. Kapazität. Tempo. Ja, Tempo braucht man, glaube ich, nicht so sehr. Special. Ah, Special wäre cool. Nehmen wir lieber eine Eins auf Kapazität. Nehmen wir jetzt zwei oder nein. F ist nein. Nachleidezeit wäre natürlich auch wichtig. Hier hat man gleich voll. Oder Schaden. Ne, Schaden ist, glaube ich, wichtiger. Gut, Schaden haben wir voll. Soll ich nochmal speichern? Nicht, dass ich mich jetzt verskillt habe, was ich auch immer nicht hoffe. So, war der jetzt im Text? Ach so, gehört mir nachher. Hab ja keinen. Ja, dann müssen wir durch das. Ja, dann müssen wir durch das. Ja, dann müssen wir nachher. muss es ja noch mehr geben sanft gelandet das kapsel ist immer gut ok wie müssen wir denn jetzt hier weiter ich will dass man noch schwere Lösigkeit zurechtfinden ach hier ausfall berlinens hallo system sommersturm ausstoß bei 0 der auf der fall in diesem gericht ist nicht sicher es werden dann jetzt eigene sommerstöcke sagen mündlich ja dann soll es nicht scheitern wir haben für 2 oh fuck von wo oh Na super. Ausstoß bei 9. Der Auferteile in diesem Gericht ist nicht sicher. Es wird noch jetzt eigene Sauerstatter-Sagen beendet Gut, das scheint zu funktionieren Oh, Jesus Maria, ey Er kommt! Ich kann nicht reden Was ist das für eine Pfeife, ey? Ich will nicht den neuen Anzug, der ist viel cooler Profisaktisch mal reintreten Ne, davon kommen wir Jaaa Das, was ich hören will Geschrei Von irgendwelchen Umtoten Bitte ganz viele, danke Das reicht nicht aus, na Ich bin zu weit weg Minen schön und gut, bringt mir jetzt hier bloß nichts Stasis heißt, schnelle Gegner Will ich das? Nein, will ich nicht Oh, dieses Kontaktmeer kann ich ja dann wieder verkaufen Ich werde wahrscheinlich nicht Oh, diesesnt Turn Oh, diesesntser Das ist eine PLAE. Und dann? Und dann? Oh, diesesntser Das war's für heute. Was ist das? Ekelhafters Vietrack. Ah, hier hat es besser gewesen, wenn ich das gehabt hätte. So, jetzt noch alles absuchen, damit wir nichts übersehen. Ja, da lang ist man. Ja, da lang ist man. Ja, da lang ist man. Isaac, er ist weg. Hören Sie, die Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1, krieche in die dunkle Maschine. Schritt 2, die Schrauben sind so fett, so fett. Ich verstehe nicht. Oh nein, er ist zurück. Nein, 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 nein. Neue Wand, Dekoration. Boah, wir haben es in 5 mittlerweile. Ah, er ist auf Fußst... Kommt doch, kommt der Tod. Das ist das letzte Geschenk. Komm her, du Stück Scheiße. Ja? Ja, genau. Ich seh' ihn noch. Kommt doch. Wow, hey, hey. Bleiben Sie zurück. Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Ach komm. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Ellie. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Ich öffne Ihnen die Tür. Aber danach sind Sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht, okay? Warten Sie. Warten Sie. Isaac hat es irgendwie nicht so mit Frauen. Wird er irgendwas mit Frauen nutzen? Okay. Be Schulen. Ich. Ich. Ah shit Zack, speichern Zack, speichern Oh, ist das die gerade eben? Nee, oder? Oh, ist ja schade Ach, come on Ich erinnere mich, glaube ich Ich glaube, ich habe das gar schon mal gespielt, diese Stelle Oder? Das ist jetzt ziemlich eklig hier gleich Das ist nämlich, glaube ich, die Kinderstadt Wo habe ich denn das mal schon gesehen? Auf jeden Fall kenne ich das hier Das gab es, glaube ich, in der 1 auch schon So eine Kinderkrankenstation irgendwie Das ist ziemlich Ja, eklig Ziemlich eklig, weil, naja Ja, genau Konten Ja Ah 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 Ja Ah 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 Kah Ah Ah drought Der Sportwindelsbomber hat noch nie besser gepasst als es war. Ich schieß gerade... ...m kleinen Babys in den Kopf. Das ist moralisch schon ganz schön verwerflich. Das ist moralisch schon ganz schön verwerflich. Okay, jetzt den Joke mit denen. Wasch deine Hände! Wasch deine Hände! Für euch, wer es lesen will, kann es lesen. Okay, ich mach das wieder weg. Einfach anhalten, wer will. Den kleinen Kiddies hier kann glaube ich nicht, wenn meine Krankenschwester helfen. Kann mal diese Scheiße aufhören? Das Spiel hat einfach mal überragende Physik, ey. Das Spiel hat einfach mal überragende Physik, ey. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Der Idiot hat da bitteschön diese Sonnenglub hingestellt. Oder kommen lassen. Der Idiot hat da bitteschön. 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 Aber Isaac Clarke... Natürlich nicht. Der Idiot hat da bitteschön. 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 Der Idiot, die da bitteschön. Der Idiot hat da abgef doet. als auch auf dem Lennox ist. Der Idiot hat da bitteschön. Der Idiot hat da bitteschön. Derени Cambria, die da bitteschön. Dasまあ Inteppe seit 15 Jahren 90 wird. Die EU-Cheesee und mann denoraub X- civilians. Erligtcing. Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt da hin und versuche sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Strauss im Auge. Yay. Wir haben es geschafft. Das Fieber war recht einfach. Trotz dessen, das sind Zwischengegner. Und ja, natürlich kein Strom. Das Fieber war recht. Es wurde geschützt. Das Fieber war recht. Und ja, natürlich. Laska durch uns in das Suchlad articulate war das. Nicht das ist so, aber irgendwie nicht. Es hat sich so. Nicht vorgängst, die L gesund war aber durch heating und kann das nicht, Ich counties hab nichter. Ich weiß nicht jetzt представatives DAY. Sie sie player Magstuenz ligne.